Ja so, kennt ihr euch schon jetzt? Jawohl, erstmal schütteln. Oh, bist das ein Süßer. Der ist ja auch noch ganz jung, oder? Der ist sieben Monate jetzt. Der ist noch ganz jung. Oh ja, okay. Die ist auch noch verspielt. Hier ist das, Marie. So. Jawohl. Jawohl, drüber geschlagen. Ja, da sind sie müde. Dann schlafen sie wenigstens nach zwei Stunden. Also der meine, der ist nach zwei Stunden jeder so fit. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was der für Power hat. Jack Russell ist das. Ja, eben. Und die sind ja ganz... Ja. Viel Pfeffer. Viel Pfeffer. Ja, sehr viel. Das ist der Hammer. Die rennen auch Kilometer weit. Ja. Ich hatte... Ich war vorher ganz auf dem Land und am Waldrand und wir hatten einen Jagdhund. Kommt ihr bleiben. Ja, komm zu mir. Ja, super. Ja, super. Kommt zu mir. Zu mir, Schätzchen. Ja, komm. Ja, fein. Ja, super. Ohohoho, die schmeißen sie noch um. Vorsichtig. So. So. So.